Herr Leute und ein herzliches Willkommen zu Let's End Venture Terrarium mit dabei ist Marc hallo um ja und dann fangen direkt mal an ja als erstes den Kaktus hier abbauen mach ich mal weil ich hab mich da letztes mal einmal fast zu Tode gepikst ja baust du schon mal hier das Gras ab für Sam? ja ich erklär mal eben also der Sinn der Map ist ähm wir sind Eidechsen und wir müssen hier aus diesem Terrarium entfliehen aber dabei müssen wir vier Aufgaben erledigen die erste Aufgabe ist baue ein Holzhaus die zweite äh baue eine Farmer mit mindestens 10 Brotebacks danach war es ähm genau finde fünf versteckte Kisten und dann entkomme durch den durch das Höhlensystem übrigens die Dinger hier bringt auch so und man darf keinen Dingen zerstören kein kein Glas genau ja ok sonst wird es ein bisschen einfach ja äh hast du sagen gekriegt? ja acht Stück gut ich würde sagen ich baue hier erstmal den Berg ab äh schon mal den Baum ab ok ich hoffe ich das weitermachen ok schon ein Zeppling das war mir jetzt erstmal am wichtigsten ist zu so und ich habe schon zweiter Blitz machen wir den ganzen Strand entlang die Pflanzdauer ein da und da hier ist noch krass gewesen blübchen bau mal eine hohe bitte ja ich baue jetzt erstmal eine workbench und stell die hinten hin von uns auch kann sich schief mit Geld da liegt ich brauche mir direkt in den Spitzhacken ja ich hab noch zwei Säblinge sehr gut so darunter und Lava und Lava und sogar drei gut okay so Lava du gefällst mir grad nicht Lava auch ich hab Kohle gut so Kohle das ist auch wieder das Eisen ähm hast du eine noch Holz? ja ja ich hab noch Holz gib mal bitte wie viel wie viel? äh ja für eine Spitzhack und für ja ok das reicht danke kein Problem grappz ich weißkiej er daher ja mll bomb einge Hidden aus ja in einem riesiges Terrarium mitten im Nichts und darunter gibt es Mineralien und Lava so eine gute Idee muss ich auch mal probieren Lava freuen sich die Eidexen bestimmt durch auch schon immer schön warm müssen die nicht frieren die auch glücklich auch jemand und gut kommen und Gold schon Eisen eingeschmolzen nee kann ich ja nicht abbauen ich hab jetzt erst mal eine ganze Kohle hier rausgerupft so Zombie und Kohle Sand ich glaube es war zu lieben ich weiß nicht was man damit soll aber wo man noch zwei drei Steine ab ich hab schon 25 gut und noch mehr Gold und so ja ich brauche jetzt eine Steinspitze und jetzt ich erstmals 1 reisen nochmals nochmals hier drüben ist auch noch Eisen, wo ich bin gerade oh, und Eisen äh, was war das? das ist da gerade kaputt gegangen keine Ahnung hier ist noch Eisen oh, okay, hier ist noch mehr Eisen hier ist ein Glas kaputt egal ach, das war das gerade, was kaputt gegangen ist das hat sich auch so angehört, nämlich Höhengeräusch bei mir nicht bei mir war eins ähm, Ben ja oh, da hinten da ist der Ausgang gefunden Geheimausgang, get so, wie man käme denn jetzt mit Sand na ich hab immer noch Angst vor der Lava und es wird Nacht und der erste Baum gewachsen oh Moment schätzt meine Spitze, was kaputt äh, hier, ich hab noch drei Kohle hab ich schon mal reingetan und jetzt schmilzt man, äh, schmilzt man schon mal das Eisen so muss der aber woanders sind da äh, hast du noch zwei Holzdinger? am besten so, dass du mich direkt anwählst ja, ich hab noch genau zwei ich glaub schon mal das Holz Moment so, wieder fünf Holz äh, doch, Holz äh, mit Baumwärmend die Erdschung weg Baum ähm, haben wir noch mehr Säblinge? bekommen aus dem Baum da? noch nicht so ich gehe mal hin zum geheimen ausgang macht eine fackel hin auch noch einer herrn noch einer wer den englischen video dennoch kennt ich mache mir jetzt nur als ich bezacke und bomber den ganzen ich will auch eine um ja hier warte der ich bin er und ich habe ab zu bekommen wo man nicht direkt danke aber dass die eisenspitze können für sachen die auch mit eisenspitze aufbauen was ich dachte zu besser draußen erläutert oder war uns um die ich habe die Map schon fertig und du? So, wo ist mein Eisen? Da. Jo, unser erster Diamant. Wahoo? Oh, ich hätte vielleicht Skype auf... ...beschäftigen sollen. Ja, nicht meine beste Idee. Jetzt wissen alle, dass Simon online ist. Sieht man das bei dir? Mit Pepsi? Man hat nämlich nicht. Ja, doch, äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er zu Neues ausprobiert wird, mit Fenster aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Verdammt! Was? Ich habe Gravel ist auf mich draufgefallen. Da müssen noch mehr jemanden sein. Care for a diamond. Und die Lava hat mich vor... Ah, versteckte Truhe gefunden. Ah, gut. Also Wolle, 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 Wolle. So, die Lava hat mich vorgebracht. Wie viel Wolle haben, ja? 16. 2 Kürbis Lateren. Das und was ist hier? Neverstein Toll. Betten, Betten, Betten. Gib mal direkt die... Gib mal direkt drei Wolle. Äh, 6. 16. Oder so. Noch keinen Baum gewachsen, nein. Äh, so. Haben soll ich die Kiste auch abbauen? Ja. Da haben wir dann nämlich schon die Kiste für die wertvollen Sachen. Ja. Ich habe jemanden gefunden. Gut, jetzt kann man mal eben schlafen. Ja. Noch mehr Diamanten. Schlafen. Ja. Noch mehr Diamanten. Noch mehr Diamanten. Okay, jetzt meine Spür den Schock kaputt, dann muss ich nach oben kommen. E. Mhm. Mhm, okay. Ja, ich wollte Inventer aufmachen, aber... Äh, ja, ich hab auch keine Schaufel mehr. Hallo, Enderman. Hm, da ist dir das ganze Diamant, was ich gefunden hatte. Ey, jo. Merke ich schon. Hm, da ist dir das ganze Diamant, was ich gefunden hatte. Ja. Ja. Wenn man das flößt, zieht sich hier bis ganz ins Ende. Ich mach das schon. Alles mal eins. Mensch, ne, ja, ich hab die Ecke und vielleicht sollte ich auch mal was essen. Also jetzt nicht in Game, sondern real life. vielleicht aber ich merke wenn die Partie okay bis zum nächsten Mal tschüss